Spanien spielt mit drei, vier oder fünf Spielern von Barcelona, vier oder fünf von Real Madrid. Diese Mannschaft ist eine Maschine. Das ist nicht mehr das Team von vor fünf Jahren. Sie sind Weltmeister, Europameister, haben alle ihre Spiele gewonnen. Das ist Wahnsinn. Wir können uns nicht mit ihnen vergleichen, aber wir müssen unsere Chance nutzen. So müssen wir auch in dieses Spiel gehen. Ich muss die Mannschaft nicht motivieren. Sie dürfen gegen die beste Mannschaft der Welt spielen. Sie haben auf jeder Position Weltklasse-Spieler. Wenn jemand nicht motiviert sein sollte, kann ich das nicht verstehen. Nach der Niederlage gegen Schweden waren wir natürlich enttäuscht. Da reagiert man auch mal emotional. Wir halten aber an unseren Zielen fest und müssen diese negative Stimmung hinter uns lassen. Die Situation wurde gut gelöst. Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Das Wichtigste ist, uns auf das Spiel vorzubereiten.